Umso besser. Wir sollten vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wie viele Rebellen hier sind. Nein, wir erledigen sie genau wie den Rest. Heute radieren wir diesen Abschaum ein für alle Mal aus. Nein, der dritte Stein. Das ist unmöglich. Okay, kurz weitergehen. Los. Wir müssen zu Plattform 4 und diese TIE-Jäger sichern. Sonst kommen wir nicht zurück zur Kordus. Agent Miko, Aufklärung. Ja, Kommandant. Agent Hask, Kontakt zur Schnitter. Ich muss mit dem Admiral sprechen. Zur Schnitter. Stell es jetzt durch. Admiral, der Imperator-Truck verlässt Endor. Wie ist die Lage? Vize-Admiral Sloan hat den Rückzug befohlen. Wir verlassen das System. Gehen Sie zu Ihrem Schiff. Überleben Sie. Ich sende Ihnen die Rendezvous-Koordinaten. Ja, Sir. Wir melden uns, wenn wir die Kordus erreichen. Wie konnte das nur passieren? Die Falle war perfekt. Jemand hat einen Fehler gemacht. Das Oberkommando hat etwas übersehen. Mal wieder. Nein, da ist das Schiff. Die Rebellen waren im Unterkrat und schlecht gemacht. Ganz einfach. Der Imperator hat den Feind unterschätzt. Und wir haben den Preis dafür bezahlt. Vorsicht, Commander. Rebellen-Patrouille nähert sich. Danke, Agent Miko. Wir kümmern uns darum. Ich habe nicht Kontakt zur Patrouille. Feuer! Scheiße, schau. Oh nein. Ich sehe da keinen. Nein, Junge. Nein, Junge. Die Rebellen haben sie eingekesselt. Wir müssen unseren Trupplern helfen. Los! Stellung halten und Feuer erwidern. Inferno-Trupp? Das Imperium evakuiert Endor. Drängt die Rebellen zurück. Verstanden, Commander. Wir sind dabei. Kapitän EZIR! Ich fasse die Achtung! Ich bin da nie, Alter. Wo kommt der denn her? Ah, da oben. Oh mein Gott. Ich bin da. Ich bin zu wild reingelaufen. Zu ungestüm. Was soll denn das? Okay, also nicht so ungestüm reinlaufen wird der Florian. Oh mein Gott. Was tue ich nur. Oh mein Gott. Okay, jetzt gibt es das gleiche Spiel nochmal. Okay, jetzt gibt es das gleiche Spiel nochmal. Da ist ein Rebellen-Hinterhalt. Wir haben einen Shuttle verloren und werden überrannt. Hier rein. Weitermachen, Agent. Mal sehen, was wir tun können. Das machen wir auch auf hier. Danach. Du musst was hacken. Oh, was haben wir denn da? Ja, aber was sollst du denn hier? Oh ja. Gehe. Was ist das? Gehe. F2. Oh, shame. Okay. Jetzt aber wurde ich hier. Scann die Umgebung. Wir müssen unseren Trussland helfen. Lohnen. Wo kommt der denn jetzt her? Schnell und halten und Feuer erwidert. Inferno-Trump? Das Imperium evakuiert Endor. Drängt die Rebellen zurück. Verstanden, Commander. Wir sind dabei. Hier durch die Bäume geschliffe, oder was? Ich bin auf der Erde. Ich bin auf der Erde. Ich bin auf dem Imperium. Gib mir Decken. Ihr Schleicher, Alter. Wo kommt ihr denn hier denn die ganze Zeit her? Huch. Erledigt die Rebellen. Ja, ja, ja. Ich bin so heiß da oben. Ich bin so heiß da oben. Oh, nein, 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 nein. Neelle ist weg. Cool this up. Das waren alle. Wir müssen weiter. Wer hat nicht mit Spezialeinheiten gerechnet. So soll sein, Sergeant. Dennoch stehen wir in ihrer Schuld, Commander. Wo lang? Ich hab keine Ordnung. Ich lauf hier lang. Commander, auf Endor werden Landungen feindlicher Transporter gemeldet. Sie setzen auf den ganzen Mond Truppen an. Wir sind nicht mehr lange hier. Wir haben hier schon zwei Patrouillen verloren. Komm an, klar. Okay, Offizierungen machen, blablabla. Ja, okay, Offizierungen müssen sich das erstes töten. Wachen wir. Das Problem ist, ich kriege ihn nicht ins Schussfeld. Genau. Egal. So, wo sind denn die Gegners? Okay, dann sind wir hier rum. Alle zu ihm. Alle zu ihm. Wir sind fertig. Agent Mikko, wie ist Ihre Position? Ich bin mit einem Grupp bei der Plattform und warte auf Sie und Agent Hask, bevor wir voren. Auf dem B. Untertitelung des ZDF, 2020